Hallo YouTube, hallo Autofreunde, Mitte Oktober, strahlender Sonnenschein. Wir beide haben noch Urlaub und haben eine kleine Tagestour nach Spiekeroog gemacht. Die Sonne strahlt, es ist unglaublich. Ein richtig schöner Herbsttag. Und wir wollen uns mal wieder so ein bisschen den Nordseewind um die Nase wehen lassen. So ein paar kleine Impressionen werde ich wohl für euch auch, für euch und für mich festhalten. Ja, hier nochmal einige Warnhinweise für, naja ich sag jetzt mal, Leute aus Süddeutschland, die sich hier nicht mit den Gegebenheiten Ebber und Flut und so weiter der Nordsee auskennen. Vor zwei, drei Jahren waren wir hier auf Spiekeroog, da haben wir live eine Hubschrauber-Rettung einer Familie miterlebt, die abgeschnitten wurde durch auflaufendes Wasser. Aber plötzlich war der Rückweg versperrt und da kam hier so ein großer Rettungshubschrauber. Kinderlieb sind und so weiter. Wenn da so eine große Familie über Land gezogen ist, dann hatten die schnell mal 50 Pferde beieinander. Und wenn 50 Pferde Angst haben und scheuen, dann rennen die alle weg. Das darf nicht passieren. Deswegen haben sie besonders darauf geachtet, ruhige Pferde zu kaufen und zu züchten. Und daran erinnert man sich heute wieder. Wenn man für Kinder zum Beispiel ein Pferd kauft oder Kutsche fahren will, die Tinker sind besonders lieb und ruhig. Das will ihr gleich sehen, wenn wir in der Endstation sind, unter Tamme. Das sind die sehr, sehr typische Vertreter. Deswegen haben wir zwei Tinker auf der Bahn. Das riecht es nach frischer Farbe. Wir fahren nämlich durchs Deichtur durch. Das ist frisch gestrichen für die Wintersaison. Das wird nämlich geschlossen über Winter. Fest verschlossen. Wasserdicht sozusagen. Wenn die Sturmfluten kommen, meistens in der Winterzeit, dann kommt das Wasser mal bis zu dem Tor. Und damit es nicht reinfließt in den Ort, wird das Tor zugemacht. Die stehen höher und haben eigene Deiche. Gar nichts passiert. Das ist eben zugemacht worden. Ist nicht so weit gekommen. War nur bis zu der Wiese hier. Aber hätte es sein können. Wir haben jetzt Sturmflutsaison. Jetzt kommen die kalten Winde schon. Und die warme Luft ist noch da. Und das gibt diese Wirbel. Und dann können diese Stürme entstehen. Kann sein, dass am Wochenende das Tor wieder zu ist. Wissen wir doch nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, das ist so der Übergang der Jahreszeiten. Die brauchen eine freie Fläche, um ihre Nester zu bauen, auf den Boden. Aha. Mal sehen, ob sie kommen. Jetzt ist zum Pizzabahnhof. Und der Pizzabahnhof war der Bahnhof von Spinkeroog. Deswegen heißt der heute Pizzabahnhof. Da bist du dann angekommen bis 1981. Und 1981 gab sie die große Wende auf Spinkeroog. Dann hat man diesen Hafen da eingeweiht, den ihr alle kennt. Und dann brauchte man die Bahn nicht mehr, man hat sie eingespart, weil man muss ja die Gäste nicht mehr hinten im Wattenmeer abholen, sondern die Kurgäste können vom Schiff zu Fuß in den Aag laufen. Ja, dann hat mein Vater mitbekommen als Eisenbahn-Fan und dann hat er gesagt, schade natürlich um die schöne Bimmelbahn, wenn man die einstellt. Aber hat er gesagt, wenn ihr das schon macht, dann lasst ein Gleis liegen, dann machen wir Museumspferdebahn. Um an die Zeit zu erinnern, 1885, alles hier losging mit... Jetzt haben wir es noch nicht ruhig, aber... Tja, das Kunst ist... Aber wenn man sich so ein bisschen außerhalb der Hauptzugänge zum Strand aufhält, dann ist es auch ziemlich ruhig hier, Gott sei Dank. Tja, sieht doch fast so aus, als wenn es hier den wilden Westen auf Spiekeroog gibt. Und was uns aufgefallen ist, die Fasane, die sind hier fast zahm. Also, bei uns zu Hause könnte man sowas aus der Entfernung nicht filmen. So, unser kleiner Spiekeroog-Trip, der geht zu Ende. Zum Abschluss kriegen wir hier nochmal einen schönen Sonnenuntergang zu sehen. Sieben Stunden Aufenthalt war das ungefähr. Und jetzt nehmen wir um circa halb sieben die letzte Fähre zum Festland. Jo, ich hoffe, ich habe das ein bisschen gefallen. Bis zum nächsten Mal, sage ich dann mal. Moin!